Guck mal, sehe ich fertig aus, oder? Obwohl ich sieben Stunden geschlafen habe. So, ich wollte euch ganz kurz was erzählen, nämlich über diese Brille hier. Ihr seht, die hat orange Gläser. Die Gläser sind orange. Und wenn du die aufsetzt, dann ist die ganze Welt orange. Aber, und jetzt kommt der Hammer, vielleicht zwei Minuten lang. Und dann hat das Gehirn, also mein Gehirn weiß ja, dass die Welt nicht orange ist. Und dann filtert das Gehirn diese Farben wieder raus. Und es ist einfach nur noch eine Sonnenbrille. Also keine orange Welt mehr, sondern die Farben sind alle wieder ganz normal. Und es ist einfach nur dunkler. Ist es nicht genial, was das Gehirn machen kann? Das Gehirn filtert die Farbe aus der Brille raus. Warum man sie dann überhaupt orange macht? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. So ist das Leben. Was ist das Leben? Musik Musik Musik